Menge da, da geht es nämlich genau, das ist der entscheidende Punkt, den Kollege Lauterbach angesprochen hat, ist die Infektiosität. Nur wenn ich sehr viel Virus habe, bin ich auch infektiös und eben eine Gefahr. Und das ist eben beim PCR-Test, das, was Herr Lauterbach hatte, werden kleinste Mengen angezeigt, die vollkommen irrelevant sind. Die können Sie noch drei Wochen nach der Erkrankung nachweisen. Das heißt, da wird was angezeigt. Ich bin sozusagen Corona-positiv, aber in Wahrheit keine Gefahr für andere, weil meine Viruslast so gering ist, dass es zu vernachlässig ist. Das ist letztendlich auch ein Vorschlag, den der Christian Drosten gemacht hat, dass man quasi so ein, wir sagen, Cut-off, also eine Grenze festlegt, wo man sagt, wenn es da drunter ist, dann müssen wir uns in Quarantäne.